Hallo, mein Name ist Christian Ebi und ich bin Quereinsteiger-Bäcker hier in Hamburg. Mein Beitrag zu Hamburg ist, dass ich das Brot meiner Kindheit aus der Schweiz hierher nach Hamburg gebracht habe und den Hamburgern zeige, wie in der Schweiz Brot gebacken und gegessen wird. An Hamburg gefällt mir am besten die Straße, wo ich wohne. Diese Straße mit dem Zug, der durchfährt, durch die Eisenbrücke, durch die Bäume, durch die großen Häuser. Das ist meine Lieblingsstraße. Ich gestalte Hamburg bunt und wir machen das alle zusammen. Das ist meine Lieblingsstraße.